Ja und herzlich willkommen hier auf ReusensTV zu einem neuen Vlog und ja, erstmal fangen wir an zu frühstücken und in der Zeit machen wir kleine Timelapse. So, gefrühstückt haben wir uns und jetzt machen wir noch ein bisschen frisch und dann gehen wir los. So, es ist ein neuer Tag. Nächster Tag und ja, mach den Vlog mal weiter. Heute stimmt das Wetter auch einigermaßen. Jetzt ist es besseres Wetter. Das heißt also, man kann viel mehr machen. Yeah. Jetzt gehen wir mal los. So, Windnestbahn. Hier habe ich mir was kleines zu essen, was dreckig roten Poffi. So, ich fahre jetzt einkaufen und gehe mal ein bisschen durch die Stadt und zeige euch Berlin mal in dunkel und der Fokus funktioniert mal gar nicht. Jetzt wird besser. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen durch die Stadt. So, jetzt ein bisschen Kaffee trinken und dann geht es weiter. Okay. So, jetzt, bis zum nächsten Mal. Okay, uh, jetzt geht'm. Und jetzt Lynn-Pونie. Okay. Wo ist das? Okay. Okay. So, ich gehe mal. Ja, es ist schon wieder ein neuer Tag und ich bin heute so unmotiviert, aber so mega, ich bin ein bisschen weiter schlafen, aber ich muss jetzt erst mal einkaufen, Haare sind noch nicht richtig gemacht. Gehe ich erst mal einkaufen und dann gucken wir weiter, dann nehme ich euch aber mit, ich weiß nicht wie weit ich euch gestern mitgenommen habe, ich weiß nur, dass ich den Blog begonnen habe, ich glaube auch nicht mehr gemacht habe, naja, das kriegen wir heute schon hin irgendwie ein bisschen mehr Inhalt zu bringen. So, einkaufen war ich, das steht jetzt hier, einkaufen und ja, jetzt noch ein bisschen zuhause, was muss ich machen, was muss ich essen machen und dann mal weiter gucken, dann muss ich das Video hier noch schneiden und ja, ich bin so müde, also wir haben es erst um 19 oder 20 Uhr, jetzt kurz vor 20 Uhr, ich habe heute noch nichts gemacht, außer gammeln, gammeln, gammeln. Ah, das kann was werden. Und jetzt noch das Video schneiden und das noch halbwegs hinzubekommen, das geht auch mir noch mal auf die Nerven. Oh nein. Leute, was soll ich machen? Ja. Aber ich hoffe eigentlich auch, euch hat dieses Video gefallen, wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn nicht, dann nicht. Und schreibt mir mal einen Kommentar, ein paar Fragen, die euch zu mir interessieren, das würde mich mal mega interessieren, dann kann ich schon mal für den nächsten Monat ein Kommentarvideo vorbereiten, was ich auch vorhabe, also, dass ihr den Kommentar rausschreiben, mir Ideen machen und alles dazu. Und darauf freue ich mich dann auch schon an ihr. Wenn ihr mehrere Kommentare schreibt, ist noch besser, weil dann kann ich mehrere Kommentarvideos machen, deswegen schreibt mir einen Kommentar und wir sehen uns dann vielleicht morgen, übermorgen oder keine Ahnung wann wieder. Bis dann. Ciao, ciao.